Macht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen. Das hier, sodass es jener sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk. Das kann ja noch was werden. Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge Rether gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Ideen führen. Das geht nicht. Oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Zitat, Meister Yoda. Star Wars allgemein geiles Spiel. Ich liebe es. Oh, jetzt ist Lortheim. Oh, jetzt ist Lortheim. Und jetzt ist das, dass er was machen kann. Krasse Scheiße. Dann treffen wir ja wieder auf Lord Vader. Im Ende des ersten Teils ist der Sieg. Ist auch mal so eine kleine Abwechslung von den Souls-Games und ihr wisst ja, Star Wars ist ja Hauptbestandteil meines Kanals, also darf ich mir das ja nicht entgehen lassen, ne? Genauso wie das andere Game von Ubisoft, das noch kommen wird, was auch übelst geil ist. Ja, danke. Alter, die Vibrationen von dem Controller, alter Schwede. Richtig geiles Haptic Feedback. Richtig ζ Dieser Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Zeigt's ihm. Ich hab die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Geil, Alter. Geil. Hey. Die boxen mich einfach. Geil gemacht. Was auch geil ist an dem PS5 Controller. Dass der diesmal korrekt auch mit den Händen sitzt. Weil er halt so groß gebaut ist. Ich find das halt geil. Nicht so wie bei den PS4 Controllern. Alter, wo du mit der Hand fast rumgekommen bist. Ein Umweg? Ey, was schubst du mich? Bist du behindert oder was? Er boxt mich einfach, Mann. Das ist doch bei ihm nicht wichtig. Ja, moin. Ja, komm. Mann, kann ich endlich mal loslegen. Wir sind Bürger, so können sie uns nicht behandeln. Ja, sagt wer. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Krieg ist teuer. Wer muss ihn bezahlen? Alter, dass die mit dem Imperium zusammenarbeiten, ne? Gerade Krollersand machen. Für mich unbegreiflich. Wie können wir Fortschritte machen, wenn Terrorist... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt, dass ich kaum noch an der Erfurtstag werde. Gut, das ist, wenn wir uns in der Ausflugung laufen. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Gut, 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 gut. Ich sehe es. Ich sehe es. Wer haben Sie am Anfang schon gesehen? Nein, ganz froh, ich offiziere. Wir sind nachher sorgt nur dafür, dass alles bleibt. Und schon gezweifelt. Alter, ich bin nicht zweiter, hab da gehört. Wir wurden gerade abgescannen von einem Weihversuch-Druiden. Okay. Der wohl auch als Protokoll-Druide in Fällen eingesetzt wird. Warum auch immer. Alter. Das war nicht die Abmachungen. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Gross. Einfach mal Abmachungen geändert. Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespült? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektro-Protonenbocken von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Ihr habt es geschafft, sich zu verhassen. Armer Kälber. Genau wie wir. Sobald der Senator sich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wirst tot. Es ist immer schön, einen Fan zu treffen. Das wird trotzdem, das glaubt aber auch nur ihr. Alter, was macht der mit mir? Falk mal, hab das nicht frei, bin Alter. Dann rasier ich dir den Arsch, Alter. Aber ohne Gillette, mein Freund, Alter. Und mit Doppelklinge. Hm. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Ich muss bei dir. Und dazu gehört ein Pilz. Bezahlt den Mann. Oh, nice. Das war meine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi, Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen. Das hier. So dass es jener sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk. Das kann ja noch was werden. Das sieht fast aus wie Palpatine. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das deines Meisters Lichtschwert. Jaro T'Pol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding. Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Ich wusste es. Ich wusste es. Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Ich wusste es. Danke, BD. Jetzt ist er fällig. Das gehört mir. Das muss ich drücken. Haltet den Jedi auf! Das war's. Fertig. Ho knew ich Sie陰fe. Ach! Ich habarium. ICKERU-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-B-U-Bi-B-U-B-U-B-U-B. Vielen Dank.